Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Einen schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. Mai 2024. Mein Name ist Philipp Kania und ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag mit uns. Und wir blicken heute auf die Ukraine. Der russische Angriffskrieg findet dort längst nicht nur an der Front statt. Russische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen attackieren die Infrastruktur und zivile Ziele im gesamten Land. Oft mit vielen Opfern. Um die russische Bedrohung aus der Luft einzudämmen, fordern einige deutsche Politiker jetzt einen großen Schutzschirm. In Form einer Flugabwehr in der Westukraine, bereitgestellt von einem breiten Bündnis westlicher Partner. Wie realistisch ist, dass so ein Abwehrsystem kommt? Was würde es bringen und wie steht es grundsätzlich um die westliche Unterstützung für die Ukraine? Das wollen wir heute alles klären mit unserer Weltkollegin aus dem Ressort Außenpolitik. Jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten von morgen. Ich bin Colin Mock. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der israelische Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen sorgt international weiter für Aufruhr. Der UN-Sicherheitsrat hat für heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen, in der es um den Vorfall gehen soll. UN-Generalsekretär Guterresch verurteilte den Angriff. Dieser Horror muss aufhören, sagte er. In der Nacht zu gestern waren in dem lagernahe Rafah palästinensischen Angaben zufolge 45 Menschen getötet worden. Israels Regierungschef Netanyahu sprach von einem tragischen Missgeschick. Heute entscheidet sich, wie es mit der Pleitekette Galeria Karstadt-Kaufhof weitergeht. Bei einer Gläubigerversammlung wird über den Insolvenzplan abgestimmt. Geplant ist der Verkauf von Galeria Karstadt-Kaufhof an eine US-Investmentgesellschaft und den Unternehmer Bernd Beetz. Sie haben vor, 16 der aktuellen noch 92 Filialen dicht zu machen, 1400 Jobs sollen gestrichen werden. Falls die Gläubigerversammlung den Plänen nicht zustimmt, würde Galeria Karstadt-Kaufhof wohl zerschlagen. Der erste Strafprozess gegen Donald Trump geht in die Schlussphase. In New York sollen heute die Plädoyers gehalten werden, anschließend beraten die Geschworenen. Können die sich nicht einigen, ob Trump schuldig oder unschuldig ist, ist der Prozess gescheitert. In dem Fall geht es um die Vertuschung einer Schweigegeldzahlung in Ex-Pornostar Stormy Daniels kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016. Seit nun 824 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Russland greift immer häufiger mit Drohnen und Raketen zivile Einrichtungen und Gebäude an. Vor allem die Region Kharkiv ist aktuell das Ziel Russlands mit vielen Verletzten und Toten auf ukrainischer Seite. Die Gefahr einer Attacke vom Himmel ist jedoch für die gesamte Ukraine akut. CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter fordert deshalb nun, mit westlichen Luftabwehrsystemen die ukrainische Bevölkerung zu schützen. So ein Schutzschirm wäre allerdings ohne die EU-Partner sowie die USA kaum möglich. Wie es derzeit um weitere Ukraine-Hilfen steht und ob so ein Flugabwehrsystem ein neuer Schritt bei den militärischen Ukraine-Hilfen sein könnte, Dazu spreche ich jetzt mit Karoline Turzer, Weltressortleiterin für Außenpolitik. Hallo Karoline. Hi. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor ein paar Wochen die Kharkiv-Offensive begonnen. Hol uns doch erstmal gerne ab. Wie ist die Lage an der Front in der Ukraine und generell in der Ukraine aktuell? Ja, die ersten Tage dieser Offensive waren sehr schwer für die Ukraine. Da ist Russland ja sehr schnell sehr weit vorgerückt. An zwei Stellen, sagt man, bis zu zehn Kilometer in ukrainisches Territorium. Inzwischen scheint der Vorstoß so ein bisschen, ja gestoppt kann man sagen, eingefroren. Also die Ukrainer haben den Vorstoß geschafft aufzuhalten. Mehrere Thinktanker haben das auch beobachtet und auf Grafiken eingezeichnet. Man kann fast sagen, dass inzwischen die ersten westlichen Waffen vor allem aus den USA an der Front ankommen. Und dass der Ukraine jetzt hilft. Ob es rechtzeitig war und ob die Ukraine den Spieß umdrehen kann, das bleibt noch abzuwarten. Gestern haben sich auch die EU-Außenminister getroffen, auch mit dem Thema Ukraine natürlich. Was wurde hinsichtlich der weiteren Unterstützung für die Ukraine gesagt? Und wir können ja auch gleich nochmal auf die Sanktionen gegen Russland eingehen. Da sind nämlich auch neue verhängt worden. Ja, genau. Also zuerst vielleicht mal zu den Sanktionen. Da wurde was verabschiedet, was gemeinhin so als Nawalny-Paket bezeichnet wird. Also in Anlehnung an den ermordeten russischen Oppositionellen. Da hat die EU einen neuen Rechtsrahmen verabschiedet zur Sanktionierung schwerer Menschenrechtsverletzungen. Es soll unter anderem möglich sein, Strafmaßnahmen gegen Personenorganisationen zu erlassen, die für die Unterdrückung der Opposition verantwortlich sind. Da kann es dann zum Beispiel sein, dass man vorhandene Vermögenswerte in der EU einfrieren kann dieser Personen. Und dass man sie auch nicht mehr in die EU einreisen lässt. Und was die Unterstützung der Ukraine angeht, da haben wir ja das Problem, dass Ungarn unter Ministerpräsident Orban mehrere Tranchen an militärischer Unterstützung für die Ukraine blockiert. Und da hat unter anderem Außenministerin Baerbock relativ scharfe und deutliche Worte gefunden in Richtung Budapest. Man möge doch jetzt endlich die Blockade aufheben. Jetzt kommt auch noch ein neuer Vorschlag von Roderich Kiesewetter für einen Flugabwehrschirm. Wie genau muss man sich den vorstellen? Ja, die Idee ist tatsächlich, dass westliche Staaten die Flugabwehr über der Westukraine übernehmen. Kiesewetter spricht da von einer Koalition der Willigen, die einen Korridor von 70 bis 100 Kilometer auf das westliche Territorium der Ukraine ausdehnen könnte. Das bedeutet eben, dass die Ukraine sich auf die Luftabwehr im besonders umkämpften Osten, du hast es gerade schon angesprochen, zum Beispiel in Kharkiv, konzentrieren könnte, weil der Westen von den westlichen Verbündeten abgedeckt wird. Das Problem ist, dass die Bundesregierung, insbesondere das Kanzleramt, gegen diese Überlegung ist, weil sie Sorge haben, dass es dadurch eine direkte Beteiligung Deutschlands am Krieg geben könnte. Und das ist etwas, was wir nicht anstreben, hat Regierungssprecher Hebestreit am Montag noch in Berlin gesagt. Welche Staaten könnten da denn eine Vorreiterrolle übernehmen, diesen Plan des Luftabwehrschirms umzusetzen? Und was braucht es da konkret? Eigentlich war es ja immer so, dass Deutschland gesagt hat, wir sind für die Abwehr zuständig und die anderen Staaten für den Angriff. Also man hat sich so ein bisschen darauf berufen, dass Deutschland eben sich besonders gut auskennt, besonders gute Waffen hat, um eben die Luftabwehr der Ukraine zu unterstützen. Aber so weit wie in den Plänen, die eben Kiesewetter vorgeschlagen hat, möchte man dann doch nicht gehen. Insofern, was diese Koalition der Willigen angeht, sind natürlich vor allem wieder die osteuropäischen Staaten gefragt, also die Polen und die Balten, die sich natürlich ganz besonders bedroht fühlen von Russland an ihren Grenzen. Nochmal ganz kurz zu den Ukraine-Hilfen allgemein. Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja sehr zögerlich, du hattest es ja angesprochen, wenn es um die Ausweitung neuer Hilfen geht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hingegen warnte hier beim Staatsbesuch in Deutschland vor einem Nachlassen der Ukraine-Hilfen. Haben Deutschland und Frankreich gänzlich andere Vorstellungen in Sachen Militärhilfen? Wie schätzt du das ein? Ja, also erstmal muss man sagen, dass Macron natürlich hier relativ forsch auftritt. Er war ja auch der Erste der Bodentruppen der NATO in der Ukraine ins Spiel gebracht hat. Etwas, was die Bundesregierung unter Olaf Scholz ablehnt. Wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, dann liefert Deutschland in deutlich größerem Umfang und auch in deutlich größerem finanziellen Umfang Militärhilfen oder Güter an die Ukraine als Frankreich. Da passt Macrons sehr forsches Auftreten eben nicht dazu. Macron tut etwas im Vergleich zu Russland, was Olaf Scholz schwerfällt. Und zwar etwas, was Experten strategische Ambiguität nennen. Das bedeutet, er versucht, den Machthaber im Kreml eben über die Pläne Frankreichs, der EU, der NATO so ein bisschen im Unklaren zu lassen, um die Abschreckung auch aufrecht zu erhalten. Und diese Strategie beherrscht er deutlich besser als Olaf Scholz, was aber eben auch daran liegt, dass Macron etwas hat, was Scholz nicht hat, nämlich Frankreich verfügt über eigene Atomwaffen. Die Bundesregierung ist da ja auf den nuklearen Schutzschirm der USA angewiesen. Und deshalb kann Macron da deutlich forscher auftreten als Scholz, auch wenn eben die nackten Zahlen uns verraten, dass Deutschland ein deutlich wichtiger Waffenlieferant für die Ukraine ist als Frankreich. Ich danke dir für das Gespräch, Caro. Sehr gerne. Wir sind auch an Ihrer Meinung interessiert. Muss die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter ausgebaut werden? Machen Sie jetzt bei unserer Umfrage mit. Und diese finden Sie unter diesem Podcast. Wir freuen uns zudem immer sehr über Fragen, Kritik oder Anmerkungen. Wie können wir für Sie noch besser werden? Was hat Ihnen sehr, was hat Ihnen weniger gefallen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an dasbringtdertag.welt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war wie immer um 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Kania. Bis zum nächsten Mal und Ihnen einen schönen Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Wir können uns nicht baunen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017